Das Pulver habe ich gesammelt, ich habe Pillen rausgepresst, auf diese Pillen habe ich dann Smiley gepresst und habe das dann hier in den Diskotheken in Leipzig verteilt, um zu gucken, was so passiert, nein, nein, Spaß! Gorillas kacken die ganze Zeit, die kacken alle paar Stunden, das ist sehr, sehr praktisch. Es ist ein Robot, der Trash nimmt und geht in den Raum. Kann es jemanden bringen? Nein? Eins, zwei, drei, AO! Boah, du Spasti, ey, ich esse keine Gene, Gene sind voll eklig, lass mich in Ruhe. Ihr lacht, das ist auch eure Zukunft. Fangen Sie an mit Spielen, schauen Sie, was Ihre Kinder spielen, schauen Sie, was Ihre Schüler spielen, schauen Sie, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner spielt, denn am Ende glaube ich, genauso wie Jane McGonigal, that gaming can make a better world. Entschuldigung am Ende. Entschuldigung am Ende. Wollt ihr ihr euch über Motivation? Wollt ihr euch? Statt. Entschuldigung am Ende. Entschuldigung am Ende.